So, endlich ist es wieder soweit. Hallo, liebe Nina, guten Morgen. Guten Morgen, Jens. Ja, wir haben jetzt eine Weile Pause gehabt und schön, dass wir uns heute wieder sehen. Ja, aber wir haben ja immer eine gute Ausrede. Der Podcast heißt ja 90 Grad, der Podcast zwischen Kochwäsche und Karma. Es ist ja auch tatsächlich immer bei dir und auch bei mir genügend los. Und das Schöne daran ist dann aber auch wieder, dass man davon auch wiederum teilweise gut berichten kann, weil es dann wieder in unsere Podcast-Folgen passt. Ja, kam ein bisschen zu viel Kochwäsche und Karma dazwischen halt. Kann man sagen, ja. Im Moment ist gerade viel los, also extrem viel. Energetisch, finde ich, ist eine herausfordernde Zeit. Also anstrengend will ich es ja gar nicht nennen. Nur halt, es ist ja nicht negativ, sondern es ist ja auch sehr transformierend. Also ich finde, bei vielen Menschen kriege ich die Rückmeldung, dass viele Themen hochkommen, sie sich Dinge anschauen dürfen, auch so der Alltag erstmal herausfordernd ist, weil man emotional auf vieles sehr stark reagiert. Ist das bei dir auch so? Ja, total. Wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Das ist der Punkt, der immer klarer wird und immer deutlicher. Und ich meine, mir ist das ja schon ein bisschen länger jetzt klar, weil ich mich mit diesen Themen schon länger beschäftige, aber ich glaube, dass im Moment gerade die meisten Menschen, also ich kann ja immer nur von denen berichten, von denen ich auch Feedbacks bekomme um mich herum oder die, die mir in Kommentaren schreiben oder von denen ich Mails bekomme, dass im Moment gerade alles, aber wirklich auch alles auf dem Präsentierteller liegt und angeguckt werden will. Ja, man wird einmal so wie bei der Kochwäsche einmal durchgeschleudert und die Dinge, die im Verborgenen waren halt, die kommen halt mal auf den Tisch, so empfinde ich es auch gerade. Und das kann natürlich manchmal auch wirklich heftige Reaktionen körperlich, emotional auslösen, aber was das Gute ist, so nehme ich es wahr, dass es sich immer relativ schnell wieder transformiert, also dass man nicht stecken bleibt, sondern dass es immer wieder anstrengende Phasen gibt, aber es immer wieder dann auch in den Fluss kommt. Das hält halt nicht so lange und es kippt dann wieder, aber ich nehme es so wahr, dass es immer eine fortwährende Neudefinierung, neue Energie kommt und so. Also es geht weiter. Das finde ich das Beruhigende daran. Und dass ich mir auch bei mir diesen Schritt, wo ich einen Schritt zurückgehe, mir das anschaue und reflektiere und mir aber auch die Zeit dafür nehme, das zu tun. Ja, mir hilft da immer der Blickwinkel der geistigen Welt, also wirklich eine Meditation, meinen Geistführer oder Verstorbene näher bitten und mein Leben aus Blickwinkel der geistigen Welt sehen, weil die finden das immer total spannend. Und die sehen alles als Lernerfahrung, als Lernfeld an und sagen, ah, ist doch toll, wenn da jetzt eine Wut hochkommt, wie spannend, du kannst Wut empfinden oder ah, wie toll, dass du da jetzt gerade an deine Grenze kommst, da kannst du über deine Komfortzone herauswachsen. Und da so liebevoll und eigentlich, ja, so ein bisschen Abenteuergeist zu entwickeln mit seinen eigenen Themen, das geht natürlich manchmal, wenn das Riesendrama kommt oder man richtig mal umfällt, ist das schwer. Aber mir hilft es immer wieder in der Meditation, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und einen liebevollen Abenteuergeist zu entwickeln. Eines dieser Themen haben wir uns ja rausgepickt heute. Das ist das Thema Scheitern. Und das ist schon die spannende Frage. Der Verstand ist immer relativ schnell dabei zu sagen, du bist gescheitert bei etwas. Was ist denn Scheitern überhaupt? Ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich habe es mir witzigerweise aufgeschrieben mit erfolgreich scheitern, wo ich auch nur dachte, wie witzig, dass das die Kombi ist. Ja, für mich gibt es das Wort eigentlich in diesem Sinne gar nicht, weil also wenn ich zurückgucke, alles, wo ich im Außen vielleicht, wo jemand sagen würde, ach, da ist Nina gescheitert. Ist rückblickend für mich immer sinnvoll gewesen. Also ich habe zwei Studiengänge abgebrochen. Ich habe angefangen, BWL zu studieren, weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Und rückblickend denke ich, ich und BWL, da hätte mir mal jemand sagen müssen, dass das eigentlich Quatsch ist. Nur weil ich ein Fachabi für Wirtschaft hatte und auch das gut kann. Also ich kann schon mit Zahlen umgehen und wirtschaftliche Zusammenhänge, aber es hat mich halt nie interessiert. Und eigentlich rückblickend war es super, dass ich nur ein Semester durchgehalten habe, das zweite eigentlich schon gar nicht mehr teilgenommen habe. Und da eigentlich sehr schnell gescheitert bin, weil wenn ich das irgendwie versucht hätte, über vier Jahre durchzuziehen, das wäre sowieso nicht meine Erfüllung gewesen, mein Lebensplan, meine Aufgabe in dieser Welt. Also da bin ich dankbar, dass ich sehr früh gescheitert bin. Aber war dir das sofort klar? Nee, also weil ich ja keinen Plan hatte, was ich sonst machen sollte, war das schon heftig. Also ich weiß noch, dass ich im Urlaub mit meinem Vater war und heulend irgendwie in einer Hotelbar mit ihm saß und er dann meinte so, ja, was ist denn los? Da habe ich gesagt, ja, in jeder Vorlesung schlafe ich ein. Ich finde das total langweilig. Ich kann das nicht halt. In jeder Freien, also wenn eine Vorlesung ausgefallen war, die Uni, die FH war in Pasing draußen bei München und ich bin dann immer nach München reingefahren und ich hatte so einen Widerwillen, wieder in die FH zu fahren. Und da habe ich gemerkt, meine Seele schreit und will da nicht hin. Auf keinen Fall mache ich das, obwohl ich nette Leute kennengelernt habe und eigentlich auch so dieses Studentenleben unbedingt haben wollte. Aber es ging einfach nicht. Und mein Vater war so cool und hat dann gesagt, lass uns eine Liste machen. Wo sind die 51 Prozent? Und es gibt immer bei Entscheidungen oft keine 100 Prozent, dass du wirklich mit voller 100 Prozent sagst, das muss ich machen. Und dann haben wir Listen gemacht für und gegen das Studium und die 51 Prozent waren dagegen. Und dann hat er gesagt, so, dann hörst du auf. Und er war zwar immer jemand, der mich auch in so Richtung gepusht hat, wo ich dachte im Nachhinein, warum, das passt nicht. Aber wenn ich klar gesagt habe, es ist nicht stimmig, war er auf meiner Seite und hat gesagt, so, dann müssen wir etwas anderes suchen. Und im Grunde bin ich dann so in die Werbung gegangen und habe da eine Ausbildung als Mediaplanerin gemacht, was auch nicht meine Erfüllung war. Aber wodurch ich meinen Mann kennengelernt habe und wunderbare Freunde und eine abgeschlossene Ausbildung hatte, zumindest auf die ich aufbauen hätte können. Oder wo ich immer zurück könnte. Und so hatte ich so das Gefühl, das Schicksal hat mich genau zum richtigen Zeitpunkt scheitern lassen, um etwas zu finden, was viel passender für mich war in dem jeweiligen Moment damals. Das finde ich, ist ein schönes Bild. Das Universum hat sich zu den richtigen Zeitpunkten scheitern lassen. Und die Bewertung des Scheiterns ist dann eben auch wieder nur die Bewertung des Verstandes. Absolut, ja. Obwohl der Verstand ja, also ich will auch den Verstand jetzt gar nicht nur schlecht reden, weil der ist ja auch wichtig. Also der ist ja auch sinnvoll und den brauchen wir ja auch. Aber ich glaube, dass wir damit eben, also mit dem Verstand kommen wir niemals dahin, wo wir wirklich hingehören. Und das ist das Problem. Er hilft uns dabei, Lösungen zu finden, wenn es darum geht, etwas zu erfinden zum Beispiel. Aber er hilft uns nicht dabei, eben unseren Herzensweg einzuschlagen, beziehungsweise ich glaube, beim Sinn des Lebens, das ist einfach nicht sein Thema. Ja, da manchmal hilft uns der Verstand, unsere Mängel uns nochmal zu zeigen halt. Also dieses, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, so diese unterbewussten Muster, die da arbeiten. Und die hat ja jeder von uns aus der Schulzeit, von den Eltern und so mitbekommen. Also wie oft irgendwie, ja, jedes Kind hört, du bist zu dumm dafür oder du kannst das nicht oder du bist einfach schlechterin oder so. Die trägt ja jeder in uns. Und ich glaube, im Scheiterprozess sozusagen wird dir beides bewusst. Also entweder auch, dass du es nicht fühlst, dass es wirklich nicht der Weg ist, den du gehen sollst, also dein Herz da dicht macht. Oder eben auch, dass dir von der Verstand all diese ganzen alten Denkstrukturen und übernommenen Muster und Mangelgedanken und alles mal hochbringt. Also es ist ja auch manchmal sehr reinigend, wenn du scheiterst und merkst, boah, dein inneres Kind macht einen Riesendrama, du bist scheiße, du kannst nichts und so. Und das ist ja auch dann ein Heilungsaspekt. Also sich anzuschauen, was passiert in dem Moment, energetisch und emotional mit mir, kann ja auch eine tiefe Heilung bringen, wenn es dir bewusst ist. Und du nicht nur ins Drama gehst und wieder zurückfällst eigentlich in die alte Struktur. Also ich erlebe es bei meinen Schülern halt oft, also zum Glück die wenigsten scheitern bei mir in der Ausbildung so, weil für mich gibt es das gar nicht. Also für mich kann da keiner scheitern. Entweder es ist nicht sein Weg, dann ist es einfach nicht stimmig für ihn, dann ist es sowieso kein Scheitern. Oder eben wenn, ich habe ein, zwei Schüler auch mal durchfallen lassen müssen, weil sie in der Prüfung gescheitert sind. Und es war immer, dass ich erkannt habe, da ist noch ein altes Thema in ihnen, was angesehen werden darf. Was, wenn ich jetzt nicht oder wenn bei mir jetzt nicht dieser Schritt passiert in der Prüfung, dann passiert der später, wenn die oft mit fremden Klienten arbeiten, in der Praxis sind. Und dann wird das viel schmerzhafter für die, weil sie dann schon in der Selbstständigkeit sind und dann in das Drama gehen. Und jetzt in der Ausbildung kann ich ihnen ja noch helfen. Sie können sich das Thema angucken. Es ist ja nichts verloren. Sie können die Prüfung nochmal machen halt. Und da siehst du auch dann den Unterschied von denen, die das Scheitern annehmen, die sagen, ja, das tut weh und ich heule jetzt eine Runde und es ist schade. Ich gehe aber in die Meditation mit meinem geistigen Team. Ich schaue mir meine Mangelthemen an. Ich arbeite daran. Ich will das wirklich und ich versuche es nochmal. Und wenn die zurückkommen, also wenn die nach drei Monaten dann die Prüfung wiederholen, ist eine komplett andere Energie in ihrer Aura. Die sind klarer. Da ist nicht dieses alte innere Mama, Mama, Kind irgendwie, was dann da sowieso glaubt. Ich kann es nicht und so. Und da weiß ich, die werden wirklich erfolgreich damit. Manche leider kommen nicht zurück. Und dann ist es aber auch eine Aussage, wo ich sage, okay, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt oder dann bin ich nicht die richtige Lehrerin oder dann ist es nicht das Richtige, was sie tun sollen. Das finde ich total interessant. Aber dann ist es ja auch wieder kein Scheitern. Also du hast eben so schön gesagt, für dich gibt es kein Scheitern. Im ersten Moment dachte ich, okay, dann ist das bei dir so. Im zweiten Moment dachte ich, während du gesprochen hast, vielleicht gibt es das ja eigentlich wirklich gar nicht. Also es gibt auch aus Sicht des Lebens oder aus Sicht des Universums oder aus Sicht des lieben Gottes oder an wen man auch immer glaubt, keinen Scheitern. Nein, für mich gibt es das nicht. Und selbst eben halt, wenn jemand das Gefühl hat, er hat sein ganzes Leben nicht hingekriegt. Oder ich habe ja auch mit vielen Verstorbenen zu tun gehabt, die sich das Leben genommen haben. Und das ist ja so, von uns Menschen aus betrachtet, die höchste Form des Scheiterns halt. Wenn du an deinem eigenen Leben so scheiterst, dass du dich umbringst halt. Und aus Sicht der geistigen Welt ist selbst das überhaupt kein Scheitern halt. Sondern es ist einfach ein früheres Abbrechen dessen dieser Reise hier auf dieser Welt halt. Und für manche ist diese Reise vielleicht nicht das Richtige oder ist auch im Lebensplan ein Stück dieses Ende einfach festgesetzt halt. Oder ich habe auch, mein Vater hatte Krebs und für ihn war das das größte Scheitern, weil er immer sehr gesund war und an Ärzte geglaubt hat, an seinen Körper, an gesunde Ernährung. Und für ihn war die Krankheit das größte Scheitern, was er erlebt hat. Und er hat mir im Nachhinein erzählt, dass das zu seinem Lebensplan gehörte, dass er in seiner Krankheit, in seinem Scheitern Demut gelernt hat. Und gelernt hat, dass auf einer Seelenebene so viel anderes wichtig ist. Und dass er eigentlich mit seinem Ego das gar nicht unter Kontrolle hat. Und dass da eigentlich Hingabe und Annahme im Grunde sein Lernweg war. Und das fand ich total interessant. Gibt es denn für dich Scheitern in deinem Leben? Ja, für mich gibt es Scheitern in meinem Leben. Aber noch ein Gedanke vorab. Das heißt also, Scheitern ist dann nichts anderes als einfach, wie soll ich das ausdrücken, der Hinweis, nicht das Richtige zu tun? Ja, oder nicht der richtige Zeitpunkt. Also entweder tust du nicht das Richtige halt. Oder es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder es ist noch ein Heilungsaspekt, dass du dir etwas ansehen darfst, um vollständiger geheilter zu sein, weil ein Mangelthema in dir ist, was du im Außen über Resonanz anziehst. Es gibt es ja auch halt die Menschen, die immer Menschen anziehen, die ihnen sagen, sie können es nicht. Also Entschuldigung, heißt es nicht Scheitern, sondern eigentlich Weiterentwicklung. Es ist immer Weiterentwicklung. Für mich ist jedes Scheitern ein Aufruf, sich weiterzuentwickeln. Ja, guck mal, dann framen wir das jetzt einfach neu um. Geil. Ja, Scheitern gleich Aufruf zur Weiterentwicklung. Genau. Einfach austauschen. Einfach sagen, ich bin nicht gescheitert, sondern ich habe mich weiterentwickelt. Und schon ist das Glas wieder halb voll und nicht mehr halb leer. Und es fühlt sich sofort ganz anders an. Ja, es öffnet den Raum eben dafür, dass etwas sich zeigen darf und etwas heilen darf halt in einem. Ja, ich bin in meinem Leben ganz oft gescheitert. Ich bin gescheitert schon in der Schule oder an der Schule. Das war ein riesengroßer Kampf. Also mein Abitur, das ich so mit Ach und Krach noch gerade gemacht habe, das war eine Oberkatastrophe. Wenn man jetzt, glaube ich, die Lehrer gefragt hätte, grundsätzlich hätten nahezu alle einen Daumen runter gezeigt. Und das war eher so ein Glück, dass ich da dann doch durchgerutscht bin. Und ich glaube, ich habe einen Durchschnitt von 3,6. Also wirklich. Aber du hast es doch bekommen. Also ist es doch kein Scheitern. Ja, na, das stimmt. Aber gescheitert bin ich in diesem System. Und dieses System hat mich also auch ziemlich runtergeprügelt. Und das hat sich nach Scheitern angefühlt, weil doch viele dann eben so da so ganz easy durchgerutscht sind. Und ja, was hast du denn im Abi? Ja, ich habe 2, ich habe 1,8, ich habe 1,3. Und dann stehst du da. Also für mich hat sich das mit einem 3,6er Abi damals schon auch erst mal nach Scheitern angefühlt. Und auch diese Schulzeit, die einfach eine Katastrophe war, insgesamt hat sich das nach Scheitern angefühlt. Wenn vielleicht auch jetzt das Endergebnis da ist. Ja, interessanterweise habe ich dieses Abitur in meinem Leben nie wieder gebraucht. Also ich habe das genommen. Ich habe das einmal meinen Eltern gezeigt. Dann ist das in irgendeinem Schrank gelandet. Und seitdem, ich weiß nicht mehr, ob ich es überhaupt noch habe. Ich müsste mal tief bei mir im Keller graben. Ich habe es mir auch nie wieder angeschaut. Aber wie schade eigentlich, dass du es jahrelang als Scheitern ja empfunden hast. Weil du hast das Abitur bekommen halt. Aber hast im Grunde diese Scheiterenergie die ganze Zeit gespürt. Und das ist es ja auch, was Lehrer und Mitschüler uns im Grunde spüren lassen. Dass wenn du dich nicht so anpassen kannst wie andere, nicht die gleiche Gabe hast, alles runterzubeten, auswendig zu lernen und wieder zu vergessen. Dass das Scheitern bedeutet. Und rückblickend sagst du ja, ich habe es eigentlich nicht gebraucht. Also es ist relativ unwichtig gewesen. Und du bezeichnest es aber ja immer noch als Scheitern. Und ich glaube, das ist das Tragische bei uns in der Gesellschaft mit diesem Schulsystem, was echt wahnsinnig viele Schwächen hat. Dass da jedes zweite Kind, glaube ich, schon mitkriegt ein Gefühl von Scheitern. Obwohl es die meisten schaffen. Und wenn dann auch, es geht ja auch über Umwege. Also ich habe auch nicht auf dem Gymnasium dann mein Abi hingekriegt halt. Aber habe es dann über andere Wege nachgeholt. Und habe aber auch das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein. Und wer beurteilt das? Und das finde ich tragisch bei uns in der Gesellschaft, dass die Kinder eigentlich schon das Gefühl haben, zu scheitern ständig. Also es fühlt sich jetzt schon lange nicht mehr nach Scheitern an. Ja, es hat sich nur, weil du mich fragtest in meinem Leben. Und also damals war es für mich ein Dauerscheitern eigentlich. Also jede Klausur war irgendwie ein Scheitern, weil es immer auf der Kippe stand. Und weil es immer, weil der Druck von außen, und das ist genau der Punkt, eben doch sehr groß war, es irgendwie schaffen zu müssen. Weil zu dem Zeitpunkt damals, als ich Abi gemacht habe, da war das noch so, also wenn du das nicht mindestens schaffst, dann bist du verloren. Ja, dann wird aus dir nichts. Und das, was ich an Positivem da jetzt aber rausgenommen habe, um das mal so in eine Form zu bringen, ist, dass ich heute mit meinen Kindern auch ganz anders umgehen kann in Bezug auf Schule. Ja, ich habe schon einen großen Sohn, der wird jetzt 25. Also der hat mir damals irgendwie gesagt, er will das Abi nicht nochmal wiederholen. Also er hat es nicht geschafft und ist dann raus aus der Schule und hat mich angerufen und hat zu mir gesagt, Papa, nie wieder, nie wieder werde ich eine Schule betreten. Und ich habe gesagt, das ist völlig in Ordnung. Und er hat jetzt wirklich einen tollen Weg hingelegt. Also er hat eine super Ausbildung gemacht und hat sich weiterentwickelt und studiert jetzt noch nebenbei. Und also er hat da voll in seine Motivation gefunden, aber mit den Dingen, auf die er oder die, die ihm Freude machen. Ja, und das ist das Schöne, dass ich heute davon eben profitieren kann, weil ich das mit einer Gelassenheit sehe und sage, ja, meine Güte nochmal. Hauptsache, du machst etwas, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, was du gerne tust, wo du nicht morgens aufstehst und denkst, oh Gott, schon heute erst Montag und morgen Dienstag und ich freue mich aufs Wochenende. Und ach, wann habe ich denn mal meine 14 Tage Urlaub? Und das garantiert dir nämlich das Abi auch nicht, dass du das nicht hast. Also das heißt auch, die, die Abi haben oder studieren, sind ja auch oft dann nicht wirklich, das ist ja, das steht ja nicht für Glück, aber damals wurde mir das so erklärt, das ist Glück, das musst du schaffen. Nur dann gehörst du irgendwie auch mit in diese Gesellschaft zu den Erfolgreichen. Ja, aber darum geht es ja immer im Grunde, dass die Gesellschaft oder die Außenwelt dir vorgibt, was ist Scheitern halt und was ist der richtige Weg halt. Und wenn du das natürlich annimmst und übernimmst, dann übernimmst du ja auch, wenn du nicht da reinpasst oder wenn du das nicht so hinkriegst, wie es andere vielleicht hinkriegen oder wie es erwartet wird, dann hast du ja dieses Scheiterngefühl halt. Und da muss man ja im Grunde auch unterscheiden, dass jedes Kind unterschiedlich ist und dass es ja auch gut ist, dass es tausend verschiedene Wege gibt, dass man über viele Umwege auch seinen Traumjob finden kann oder so. Und das ist ja so das Grundproblem, dass es einfach nicht verschiedene Schulsysteme gibt, wo man sich auswählen kann als Kind. Ah, das passt mir besser, ich bin eher in die Richtung oder die Kurse wähle ich direkt ab, die brauche ich sowieso nie wieder oder irgendwie so. Also da haben wir ja gar nicht die Möglichkeiten. Aber es gibt ja auch andere Schulsysteme inzwischen zum Glück. Also meine Kinder waren dann auf der Montessori-Schule, weil genau das auch ein Thema war, dass man einfach weg von dieser Bewertung von den Notensystemen und solchen Dingen geht, dass man erstmal diesen Druck und diese Leistung bringen müssen und so, dass man das mal rausnimmt. Also ja. Und wie ging es weiter? Also was hattest du das Gefühl neben der Schule sonst noch? Gab es noch andere Scheitersituationen oder wo du das Gefühl hattest, dass das Scheitern war bei dir? Also ich schreibe gerade an meinem ersten Buch und wenn ich das jetzt alles zitiere, dann wird diese Folge doch ein paar Stunden lang. Also ich habe mal eine Aktiengesellschaft gegründet, die überhaupt nicht funktioniert hat und stand mit einem Bein in der Insolvenz. Und also ich habe einiges an Scheitern zu berichten, aber ich habe ein aktuelles Beispiel zum Thema Scheitern, das ich dir gerne erzählen würde. und zwar war ich mit meiner Familie bei Bernd Osterhammel. Bernd Osterhammel ist Pferdeflüsterer. Und Bernd hatte gesagt, Mensch, kommt doch mal bei mir vorbei und schaut euch das doch mal an. Und jetzt muss ich dazu kurz sagen, dass ich zu Tieren nicht so den Bezug habe. Also ich bin nie mit Tieren aufgewachsen, außer ein Wellensitticht. Aber das war es dann auch. Meine Mama und meine Eltern waren jetzt nicht so drauf erpicht. Hunde, Katzen sowieso nicht. Und Pferde, ja, das war jetzt mein erster wirklich intensiver Kontakt zu Pferden. Und es ging darum, mit der Familie Übungen mit den Pferden zu machen. Und Bernd hatte uns erklärt, was wir da tun sollten. Und ich hatte also so ein Lasso in der Hand und ich durfte mir vorher ein Pferd aussuchen aus elf Pferden. Also eins, mit dem ich in Resonanz gegangen bin. Und jetzt sollte ich also mit diesem Lasso, mit bestimmten Bewegungen und bestimmten Zeichen zeigen, ob das Pferd langsam geht oder ob Galopp oder Trab. Ja, und ich wusste schon von Anfang an, oh meine Güte, das wird nichts werden. Und dann hat aber mein jüngster Sohn hat gesagt, ich möchte zuerst. Und ich schon so, wow, das finde ich cool. Dann hat er das also gemacht, halbe Stunde lang super, hat alles wunderbar funktioniert. Mein mittlerer Sohn hat es alles gemacht, hat alles super funktioniert. Meine Frau hat es gemacht, hat super funktioniert. Und jetzt kam ich in diese Pferde-Arena. Ja, und es funktionierte gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das Pferd war total bockig. Dann hat es mir noch irgendwie zehn Pferdeäpfel vor die Füße gegeben. Ja, also Bernd sah ich einfach nur, wie er dann auch leicht verzweifelt war und dann auch eingeschritten ist, um mir dabei immer wieder zu helfen. Und ich hatte so immer mehr das Gefühl, ach du meine Güte, ich habe versagt, ich bin gescheitert. Das fühlte sich nicht schön an. Und um die Geschichte abzukürzen, eigentlich wäre diese Übung damit beendet gewesen und wir haben dann am anderen Tag andere Sachen gemacht. Aber in mir war ein Gefühl, ich muss das noch mal wiederholen. Und ich habe mich gefragt, warum hat das nicht funktioniert? Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich motorisch schon immer große Probleme hatte, wenn ich irgendwie Gegenstände dabei in der Hand habe. In diesem Fall dieses Lasso-Seil. Und dieses Lasso-Seil, das war mir plötzlich klar, ohne dieses Seil würde das funktionieren. Und dann habe ich Bernd gefragt, habe gesagt, kann man das auch ohne das Seil machen? Ja, klar kannst du das ohne das Seil machen. Das sah so aus wie so eine Route mit so einem Faden vorne dran. Gibt es sicherlich auch irgendeinen Fachbegriff für. Wie gesagt, ich kenne mich mit Pferden und Zubehör gar nicht aus. Und mit dem Teil bin ich dann am nächsten Tag noch mal selbst entschieden in dieser Arena. Alle haben mich gefragt, ob sie zugucken dürfen. Ich meine, der Tag kann dir zugucken. Sie hatten wohl Angst, wieder sehr lachen zu müssen. Und was soll ich sagen? Es hat vom ersten Moment an funktioniert. Dann hat Bernd mich sogar gefragt, soll ich dir noch mal ein schwierigeres Pferd bringen? Also eins, was schwieriger als mein Pferd ist. Und da habe ich gesagt, ja klar, jetzt will ich es noch mal wissen. Und auch mit diesem schwierigeren Pferd, von Anfang an hat das funktioniert. Und was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt, dass dieses Scheitern bei mir auch ganz viel damit zu tun hatte, nicht kommuniziert zu haben, was ich wirklich brauche. Also das war dieses Lasso. Also mir hätte von Anfang an klar sein müssen, damit wird es nicht funktionieren. Eigentlich war mir das auch klar, aber weil alle es gemacht haben, habe ich gedacht, gut, das musst du auch machen. Und mein Learning daraus war wirklich dieses, kommuniziere, was du brauchst. Sag, was dich stört. Sag, was nicht geht. Und vor allem hat es sich dann natürlich toll angefühlt, diese Aufgabe doch irgendwie mit Bravour gelöst zu haben. Und nicht, um mir jetzt damit auf die Schulter klopfen zu können, oder weil der Verstand jetzt jubiliert und sagt, gut gemacht, sondern vielmehr aus diesem heraus, weil ich dankbar für dieses Learning war, was sich daraus ergeben hat. Ja, aber gerade Tiere sind ja ein wahnsinnig guter Spiegel halt. Wenn deine Energie nicht stimmt und du warst ja, du hast dich ja fremd gefühlt, hast dich mit dir selbst, mit deiner Intuition, hast dir was runtergedrückt, was du gespürt hast und das spiegelt dir das Pferd sofort halt und sagt so, hä, mit dem will ich nicht arbeiten, was will der so? Ja, seine Energie ist komisch. Das war pure Hilflosigkeit. Und als ich am zweiten Tag auf die Koppel kam, um mir Roddy, so hieß das Pferd, zu holen, sah ich nur, wie Roddy die Augen verdreht hat. Das habe ich mir nicht eingebildet, nach dem Motto, ach du meine Güte, der schon wieder. Was kann denn jetzt schon wieder? Cool. Aber wir haben uns dann miteinander versöhnt und es war eine großartige Erfahrung, für die ich extrem dankbar bin. Also war es auch hier kein Scheitern, sondern am Ende habe ich aus diesem Scheitern nur etwas mitgenommen, was mir jetzt in Zukunft so nicht mehr passieren wird. Ich werde fortan noch deutlicher sagen, was ich brauche. Super. Mega Message. Finde ich total toll. Finde ich super. Ja, also ich glaube, dass das das Wichtige ist, wenn du das Gefühl hast, zu scheitern, mal in dich zu gehen, auf deine Intuition zu hören. Vielleicht, also hat deine Intuition schon vorher gesagt, das ist nicht das Richtige. Das solltest du gar nicht tun halt. Da geht dein Lebensweg gar nicht lang. Oder eben, du brauchst was anderes. Du brauchst Unterstützung. Du musst es anders kommunizieren. Irgendwie andere Menschen oder was auch immer. Oder eben, guck mal, was in dir eigentlich es dir sagen will als Heilungsaspekte. Ist da ein Glaubenssatz, den du in der Kindheit zum Beispiel immer hattest? So innere Kindarbeit, diese deine eigene Resonanz eben anschauen. Das kann ja viel ein guter Heilungsimpuls sein. und ja, und auch zu schauen, ist das der richtige Zeitpunkt? Willst du das gerade? Was will ich wirklich? So, also finde ich total kostbar. Schön. Gibt es bei dir solche Beispiele, sage ich mal, von, also wo du jetzt so direkt sagen kannst, okay, da bist du gescheitert und das ist dein Learning daraus? Also nur im Kleinen. Also immer nur wieder, wenn ich das Gefühl hatte, eben, ich muss das jetzt so weitermachen, weil entweder irgendwie wird es von mir erwartet oder eben es lief doch die ganze Zeit so gut, aber etwas in mir hat die ganze Zeit schon gesagt, irgendwie, ich müsste jetzt was verändern. Also ich habe im Beruflichen immer wieder so kleine Momente gehabt, die würde ich jetzt gar nicht als scheitern bezeichnen, aber wo Dinge einfach nicht mehr funktioniert haben und wo das rückblickend immer zu Zeitpunkten war, wo ich etwas verändern musste, um mich weiterzuentwickeln. Und ich bin eigentlich schon so ein grundauffauler Mensch halt, wo der, wenn mal was läuft, so, ja super, denn ich habe nicht die Impulse von mir aus immer etwas weiterzuentwickeln und zu verändern und gerade so unser Buchungssystem von Terminen zum Beispiel, das lief dann irgendwann überhaupt nicht mehr und ich hatte aber keine Lust, das abzugeben und ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen und dann gab es technische Probleme. Dann kamen eben, dann kam es, also für mich sind es immer Zeichen auch von außen, dass plötzlich zwei Klienten gleichzeitig vor der Tür standen, ein Klient gar nicht kam. Also ich wirklich so im Alltag ständig mit diesem Thema, es funktioniert nicht, es läuft nicht, irgendwas läuft total schief und da hatte ich auch so das Gefühl eben in meinem, wie ich das haben will, eigentlich ein Stück zu scheitern darin halt. Und ich, für mich sind es aber oft auch Zeichen vom Universum, von der geistigen Welt, jetzt schau doch mal, was das Thema dahinter ist. Willst du wirklich so arbeiten? Wie kannst du das abgeben? Wie kannst du Verantwortung abgeben? Was musst du vielleicht umstrukturieren, damit die Energie wieder fließt? Also für mich sind es oft so Blockadeenergien, wo es gar nicht, wenn ich da weitergemacht hätte, dann wäre ich vielleicht gnadenlos gescheitert. Aber ich erkenne die Vorzeichen relativ schnell inzwischen, wenn es sich nicht mehr stimmig anfühlt oder wenn etwas, ein Anteil daran irgendwie blockiert. Und da achte ich sehr drauf inzwischen. Ja, und vielleicht auch, aber dann auch in diesem Prozess selbst anzuerkennen, vielleicht, wenn bestimmte Dinge, nein, nicht nur vielleicht, sondern wenn bestimmte Dinge einfach auch nichts für dich sind. Also du hast jetzt gerade diesen Bereich der Technik erwähnt, ist für mich auch ein absoluter Horrorbereich und habe immer irgendwie, also bin so kurz davor, das Laptop aus dem Fenster zu schmeißen, weil mich das so aufregt, wenn das nicht funktioniert. Und bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich gucke mal, wer mir dabei helfen kann. Ja, und mittlerweile habe ich Menschen in meinem Umfeld, zum Beispiel auch meinen Sohn, der kann damit super umgehen, hat neulich mein erstes Video geschnitten, und hat gesagt, hier Papa, guck mal, habe ich dir sogar ein bisschen Musik drunter gelegt und ich sage, wow, also. Schick ihn mal rüber, sowas brauche ich. Ja, genau, aber weißt du, das ist genau der Punkt, also an diesem Video wäre ich wieder stundenlang gesessen, wäre da einfach gescheitert, wäre irgendwie wahrscheinlich gescheitert oder ich hätte es in der Qualität rausgegeben, mit der ich nicht hundertprozentig einverstanden war, weil ich irgendwann gesagt hätte, so jetzt reicht es aber auch. Weil mich dieses Technische, das interessiert mich nicht, das ist einfach schon immer was gewesen, das muss funktionieren und das ist auch so bei Autos, wenn ich irgendwie ein Auto bekomme, dann steige ich da ein und wenn ich das irgendwie nach drei Jahren wieder abgebe, wenn es ein Leasingwagen ist, dann möchte ich behaupten, dass ich 70 Prozent der Funktionen, die das Auto kann, noch nie benutzt habe. Ja, aber es ist einfach etwas, wo ich für mich gelernt habe, such dir Hilfe. Ja, auch seine eigenen Schwächen in Anführungsstrichen halt zu anzunehmen und zu akzeptieren und zu erkennen, das ist nicht der richtige Weg vielleicht auch für dich als Typ Mensch halt. Und du musst auch nicht alles bedienen, du musst nicht in allem gut sein so. Und das finde ich total wichtig, also zu erkennen, auch was machst du wirklich vom Herz heraus. Also ich habe auch mal eine Kooperation zum Beispiel für ein Seminar angenommen, wo ich gespürt habe, eigentlich passt es zwischenmenschlich nicht so richtig, aber hey, es hört sich gut an und komm, es verkauft sich toll und ey, das wird mega und so. Ja, und dann lief alles schief halt. Die Leute haben dann kurz vorher wieder abgesagt, es waren ganz doofe Fragen, die kamen, der Raum hat dann irgendwie noch Ärger gemacht und so. Und es war so für mich die Bestätigung, eigentlich fühlte es sich doch nicht stimmig an und will ich das überhaupt? Und dann haben wir es letztendlich abgesagt und es war für mich aber kein Scheitern, sondern es war für mich eine wahnsinnige Befreiung, weil ich eigentlich gespürt habe, irgendwie ist es mit meiner Energie nicht stimmig. Ich bin nicht der Typ dazu, der dann die Hälfte abgibt, wo etwas es sich nicht ergänzt und es nicht passt eigentlich. Also für mich sind oft rückblickend diese Momente, wo man dann etwas absagen musste oder wo etwas nicht geklappt hat, unglaublich befreiend, weil es den Raum wieder öffnet für das, was ich eigentlich wirklich in die Welt bringen will oder wo wirklich meine Leidenschaft hingeht. Und klar, manchmal in Momenten, wenn erst mal was wegfällt, hängst du in der Luft und denkst, ja scheiße, du musst aber doch und irgendwie muss da was Neues kommen und diese Phasen sind halt manchmal schwer auszuhalten, wenn noch nichts Neues da ist. Also so geht es mir gerade, dass ich voll viele Sachen reduziere, Sachen absage, nicht annehme und es ist noch nichts Neues so richtig da. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber ich vertraue inzwischen total darauf, dass der richtige Zeitpunkt da ist und da sein wird und dass dann auch wieder die Energie fließt, um wieder was Neues zu kreieren. Und da aus dem Raum zu gehen mit meinem Wollen. Also ich gehe immer inzwischen aus dem Weg von dem, wie sollte es sein halt. Weil dann kannst du überhaupt nur den Raum öffnen für das, was viel Größeres oder viel Tolleres noch zu dir kommt. Und ja, ich finde, das sind ganz wichtige Impulse, die wir gegeben haben. Hast du noch zum Abschluss was, was du mitgeben möchtest, wenn man gerade im Scheitern ist oder wenn man gerade das Gefühl hat, gescheitert zu sein? Ja, ich durfte das Scheitern ja auch lernen. Unter anderem, da sind wir bei diesem kleinen Scheitern eben über die Bühne. Ich habe ja 30 Jahre lang auch als Comedian mit Baumann und Klausen auf vielen Bühnen gestanden. und da gibt es natürlich diese Momente, wenn es plötzlich nicht mehr weitergeht. Ja, also ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Ich hatte gerade aktuell für das aktuelle Programm Klavierunterricht genommen, um meinen Kollegen begleiten zu können. Und wir hatten also einen wirklich tollen Auftritt und ich habe an diesem Klavier gesessen und ich wusste nicht mehr, welche Taste ich drücken sollte. Und es war furchtbar, weißt du? Also das ist so dieses Aber und das ist auch wiederum das Learning daraus, das sind immer die besten Momente gewesen. Daraus ist so viel Lustiges entstanden. Das ist dann genau diese Spontanität, die du nicht skripten kannst, die du nicht planen kannst. Also am Ende war das Scheitern auf der Bühne, ich würde mal sagen, in 99 Prozent immer ein Gewinn für den Abend. Cool. Das ist mega. Das vielleicht auch noch mal so voranzustellen und zu sagen, Scheitern, so wie du es auch so schön gesagt hast, ist Weiterentwicklung. Und naja, ich habe ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, wahrscheinlich auch rein intuitiv dieses Projekt Probiere dich aus und werde glücklich gegründet. Weil ausprobieren für mich das ist, wodurch du immer wieder feststellen kannst, ist das was für mich oder nicht. Ich meine, Kinder machen das den ganzen Tag, von morgens bis abends. Die probieren immer nur aus. Die drücken auf Knöpfe auf, die sie nicht drücken sollen und dann passiert irgendwas und dann wissen sie, okay, war nicht so eine gute Idee oder war vielleicht auch eine tolle Idee. Und ich würde es gerne wieder mehr kultivieren, dass auch wir Erwachsenen wieder Freude am Ausprobieren haben. Und deswegen gibt es diese monatlichen Meetings, diese Online-Meetings. Da sind viele tolle Menschen, die eben genau in dieser Situation sind. Also die sagen, sie möchten jetzt mal von dem, was sie 20, 30 Jahre und länger gemacht haben, weg hin zu etwas, was ihnen ganz große Freude macht und das eben zu erkennen mit Gleichgesinnten, also mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, gibt einfach eine unglaubliche Power und eine unglaubliche Kraft. Von daher ist das schon meine Empfehlung, ausprobieren. Immer wieder ausprobieren. Und die Frage ist ja, wenn dein letzter Tag da ist, irgendwann, da sind wir wieder beim Thema Tod, was sind die Dinge, über die du dich ärgerst? Die, die du gemacht hast oder die, die du nicht gemacht hast? Und ich meine, die Antwort für mich ist ganz deutlich, das, was ich nicht ausprobiert habe. Also von daher, wann will ich damit starten, etwas auszuprobieren? Also jetzt? Ja, und da keine Angst zu haben halt. Also man kann nichts falsch machen, glaube ich, darin halt, außer eben die Angst, es gar nicht erst versucht zu haben. Und ich sage meinen Schülern auch manchmal gesagt, hol dir möglichst viele Neins ab. Also wenn dein Gegenüber immer sagt, nee, stimmt nicht, nee, stimmt nicht, weil daraus lernst du ja dann halt. Und da kannst du wieder zurückgehen. Ach, spannend, was habe ich denn bekommen und wie habe ich es übersetzt? Und meine Intuition ist ja immer richtig. Aber manchmal wählen wir dann trotzdem den falschen Weg oder glauben eben, mit unserem Ego etwas erschaffen zu müssen. Und rückblickend sind ja oft diese Momente, die gewesen, die dann wirklich den Switch gebracht haben oder wo du tolle neue Menschen kennengelernt hast oder wo du über deine Grenzen hinausgewachsen bist. Und ja, also finde ich total kostbar, eigentlich diese Leichtigkeit und den Spaß und die kindliche Freude daran auch wieder zu haben und über sich selbst lachen zu können halt. Also wenn Kinder nicht wieder aufstehen würden, wenn sie hingefallen sind, dann würde kein Kind laufen lernen. Und wir Erwachsenen meinen immer alles sofort und zu 100 Prozent und perfekt können zu müssen. Dabei ist Perfektion eigentlich ja nicht möglich und wenn, dann auch total langweilig. Ja, das wäre jetzt auch mal wieder eine neue Folge, das Thema Fehlerkultur und Perfektion. Das ist ja genau das, woran so viele scheitern. Und deswegen meine ich ja, es ist so wichtig, dass man sich mit Menschen verbindet, die in einer ähnlichen Situation sind, weil dann kann man da gemeinsam so richtig gut durchgehen und dann wird man auch nicht ausgelacht oder irgendwie blöde davon abgehalten nach dem Motto, ah, ist doch eh nichts für dich, lass das mal lieber bleiben und so. Nee, mach das mal jetzt. Also ich finde das also immer wieder berührend, diese Geschichten auch zu erleben und das wird dir ja ganz genauso gehen, auch mit deinen Schülerinnen und Schülern. Also da, ja, davon auch eben, wie soll ich sagen, da die Impulse zu setzen, die dazu führen, dass Menschen, weil ich meine, da würde ich auch gerne nochmal mit dir irgendwann drüber sprechen, was bringst du denen da eigentlich genau bei? Also wie kann man mit der geistigen Welt in Kontakt kommen und kann das jeder, also kann man das lernen? Würde ich total spannend finden. Sehr gerne, ja. Genau, ich bin gerade nämlich in der Planung für die neue Ausbildung, meine letzte Ausbildung, die ich anbiete und wird wahrscheinlich im Winter starten, also da können wir sehr gerne drüber reden, ob das überhaupt, wie das möglich ist halt, weil das ist da, sprengt ja oft auch von vielen Leuten den Verstand und dennoch sind wirklich 70 Prozent aller Menschen nehmen etwas wahr und glauben daran auch, dass die geistige Welt existiert halt. Nur die meisten trauen sich es gar nicht zu oder der Verstand blockiert das wieder. Es ist wieder das Thema, dass wir uns selbst blockieren und selbst im Weg stehen mit dem, was wir meinen, sein zu müssen, leisten zu müssen und dass wir gelernt haben, auf unseren Verstand mehr zu vertrauen als auf unsere Wahrnehmung, unser Herz, unsere Intuition. Und ich glaube, darum geht es wieder, halt diesen Weg nach innen zu finden und nicht im Außen und im Kopf zu sein. Und wenn du das gemeinsam mit Menschen machst, die das auch wollen, dann gibt dir das einfach einen unglaublichen Rückenwind. Schön. Gut. Fühlt sich stimmig für mich an, oder? Für mich auch. Scheitern können wir nicht. Nee, genau. Wir entwickeln uns nur weiter. önemorisch. Wie wäre es?